Da ist der Lauf 11 Parcours Für den Lauf 12 bereite ich bitte vor die Hunde mit den Startnummern 138 Rot und 141 Weiß Und auch für den letzten Lauf der Saluki Hündinnen können Sie die Runde schon vorbereiten, den Lauf 13, Stabnummern 180 und 150. Untertitelung des ZDF, 2020